ok erstes kind war das ist schon ein bisschen mitdings da weiter ok ich will dir helfen wo meint die die komischen bilder auch zu alles zu hallo ich stehe bestimmt irgendwas um vorratsschrank oder was ist das hier hallo und ich da reingehen skurril jetzt bin ich wieder jetzt bin ich wieder in dem ding hier in der küche ok nun kommen solche geräusche ok was ist hier los die obstrunde gefallen oder was dann mach schon auf so ihr lieben ich war jetzt kurz bevor wir durch das da durchgehen mache ich erstmal kurz schluss das ist nämlich ja sehr spannend sehr skurril da ich schon mal ciao mittelfranz bis dahin also ich habe mich schon erschreckt bei dem spiel oh man das wird noch lustig also bis dann ciao hi willkommen zurück ja wir waren jetzt hier in der küche gewesen und das spiel ist sehr skurril und verwirrend und irgendwie haben wir ein kind gekriegt und sie hat wahrscheinlich weiß ich ob ich auch da warte mal ja oh gehackte mäuse grob knusprig kadaver lass mich aushungern konstant übelkeit okay das sind seine komischen zeichnungen oder so sie hat geheult aber ich konnte auch nicht dahin irgendwie wahrscheinlich hat sie auch stimmungsschwankungen ja gut wenn man schwanger ist so ähm 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 nein ich will das nicht weg 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 das ist krank warte warum ich will hier raus Hilfe was Pay noch nicht Herr 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 Und dann habe ich vorsichtig flayed die Haut. Die Böse hilft mir, die Hand zu halten. Ähm... Warum? Jetzt bin ich wieder in dem... Ding... Was ist das? Ah, okay... Da sammelt man die... Die Bilder... Achso, und hier kann man das alles nochmal... Obwohl noch nicht einmal gewonnen worden ist... Okay... Ah, hier kannst du alles... Alles, was du sammelst... Also die ganzen... Okay... Mhm... Das Bild habe ich... Und ein... Und das gelesen... Okay... Das ist sehr duster, das Spiel... Hier ist noch was... Tiefe... Tiefe... Tief durchatmen... Denk dran... Du bist ein Profi... Es sind nur die ersten Pinselstriche... Danach bist du... Übern Berg... Was ist daran so schwer? Okay... Hat er auch selbst Zweifel... Von... Den Wasser... Okay... Ist... Ist immer noch zu... Hast selbst jetzt verloren... Du verdienst es... Beende es... Selbst jetzt... Achso... Selbst jetzt ist jetzt... Dazu gekommen... Okay... 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 Ihr Lieben... Achso... Jetzt... Ist da was... Dazu gekommen... Hast selbst jetzt... Okay... Das ist... Nix... Neues... Ich glaube mal... Das ist auch... So... Und jetzt hängen ja auch die Ratten... Dinger... Das habe ich... Gehackte Mäuse... Okay... Shapeless Dreams... Formlose... Was? Formlose Träume... Okay... Und das ist auch noch das... Was? Zuerst suchten... Ich nach einer Leinwand... Nichts irgendeiner Leinwand... Ich musste ein Messer finden... Achso... Da wird das nochmal wiederholt... Okay... Achso... Also hast du hier... Eins... Zwei... Drei... Fünf Abschnitte... Okay... Alright... Ja... Ob ich jetzt erstmal Schluss machen... Uff... Das macht mich fertig... Das Spiel... Ja... Ersten Dings... Habe ich schon mal gemacht... Ersten Port... Aber ich mache erstmal Schluss... Wir sehen uns das nächste Mal... Ihr könnt gerne mal unter die Kommentare schreiben... Wie ihr das Spiel so findet... Und wenn ich auch irgendwas nicht verstehe... Oder so... Oder mal was... Ich gelesen habe... Könnt ihr gerne Rückmeldung geben... Ihr könnt auch gerne... Äh... Likes geben... Macht ihr ja fleißig... Unter meine Videos... Und wer neu zuschaut... Auch gerne abonnieren... Ja... In dem Sinne... Also es... Ist krass... Das Spiel... Hat... Auch seine... Erschreckmomente... Ja... In dem Sinne... Sehen wir uns das nächste Mal... Ciao... Euer Mittelfranz... Let's Play... Ich bin gespannt... Was hier noch so kommt... Ciao...